Wow. Ziemlich beeindruckend. Mein Interesse ist geweckt. Ich krieg hier Gänsehaut. Sei auf der Hut. Vor uns lauern Monster. Können Sie herzlicher empfangen. Aber immerhin ein Empfang. Wie viele sind das denn? Genug für eine Party. Schwing dir das Kanzbein. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Jetzt aber Frey. Schulterwein. Eine Weggabelung. Oh, die Qual der Wahl. Nicht viel, aber naja. Nicht übel. Sackgasse. Sackgasse. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Schlafen die etwa? Vielleicht können wir an den Faden schleichen. Wann wirst du lernen, besser aufzupassen? Aus dem Weg! Denen Zeit! Denen Zeit! Begepferd ihr das! Ich glaube, es ist geschafft. Ey, wurde aber auch Zeit. Das war ein hartes Programm. Ja, ja. Gut gemacht. Cool. Kann man immer brauchen. Nicht verschwenden. Ja, ja. Mach jetzt bloß keine Mätzchen. Dieser Kampf wird nicht einfach. Ich schaff das. Komm! Oh oh! Diese Lage erfordert sofortiges Handeln, oder? Halt's Maul! Ich muss den richtigen Zeitpunkt abwarten! Ach! Ach! Ah! 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 Oh, come Sean! Alles klar. Oh, bereit. Oh, my God. Ich bin jetzt ne echte Profi-Magierin, oder? Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Was wohl damals? Sag mal, erinnert dich dieser Dämon nicht auch an unseren alten Freund? Den Drachen meinst du? Ja, das tut er. Ja. 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 Ja.